Yo, mein Lieben, zu Stopp, WarneMetal und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch mal wieder ein freshes Minecraft EnderGames Kit. Und wir spielen heute, ohne lang rumzuschwafeln, mit dem legendären Vampir Kit. Die Fähigkeiten des Vampir Kit sind, er bekommt durch das Töten von Mobs drei Herzen dazu. Beim Töten eines Spielers wird sein Leben wieder voll aufgerüstet. Ausrüstung hat er keine Leute. Sprich, jedes Mal, wenn wir irgendeinen Pusher killen, haben wir wieder volles Leben. Das ist super. Jo, da haben sie recht. Oh mein Gott, Leute. Wir haben eine volle Runde EnderGames. What the heck? By the way, nochmal danke an meinen Designer David, der mir seinen Account zur Verfügung gestellt hat. Sonst könnte das hier alles nicht zustande kommen, weil ich keine Kit, weil ich keinen YouTuber-Rang habe. Geil. Nachdem wir jetzt gerade gestorben sind, keine Ahnung wie, auf einmal war ich tot. Hängen wir jetzt noch eine Runde dran. Und ich denke mal, dass wir jetzt gewinnen. Nö. Hey, da haben wir ein Deerschwert. Wir sind noch nicht so gut equipped bis jetzt. Aber ich denke, bei den Gegner sieht es ähnlich aus. Jo, da haben sie recht. Äh. Lol, ich wurde gerade mit jemandem getauscht, der in der Schlucht chillt. Ich glaube, ich warte jetzt, bis ich rausgeportet werde. Oder bis mich jemand hier drin holt. Je nachdem. Oder? Da ist ein Teleporter. Nice. Ja. Gut. Jetzt sind wir schon in der dritten Runde angekommen. Habe ich gesagt, dass wir die Schocken sind. Okay. Okay. Ich habe jetzt keine Kiste gefunden. Equip habe ich jetzt auch nicht. Aber da wundert man sich schon, warum der Laden nicht läuft. Wie konnte ich jetzt schon Damage bekommen? Ja. Komm, bitte. Bitte, tu mir eingefallen und verp... Ja, mittlerweile sind wir schon in der vierten Runde. Ich hoffe, dass wir jetzt mal was reißen können. Wenn nicht, dann nicht. Aber wenn schon, dann schon. Geil. Hier ist nichts in den Kisten. Schön. Ja. Das ist schön. Das ist wunderschön. Okay, da hinten sind ein paar Gegner. Da können wir abstauben. Oder sie teamen miteinander. Dann können wir nicht abstauben. Die teamen miteinander. Geil. Super. Wir spielen den Endergame. Den Modus, den keiner spielt. Warum? Warum teamt ihr da? Das ist so unnötig. Geil. Komm, gib mir den letzten Schlag. Ja, du. Du hast es im Leben erreicht. Leute, ich nehme im Original schon eine halbe Stunde auf. Und ich habe es noch nicht geschafft, eine gute Runde zu erspielen. Was ist denn da los? Seht euch das an. Seht euch das an. Safe Team in dir, Alter. Ja, da haben sie recht. Ja, geil. Da ist wieder einer. Und dieses Mal wird mich ein Port nicht retten. Ja. So, Leute. Ich würde mal sagen, das soll zum Video gewesen sein. Ich weiß nicht, was heute los war. Taktisch schwitzt. Jeder Bastard spielen muss wieder wissen. Hier findet ihr die anderen Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit einer positiven Bewertung. Haut rein. Macht es gut. Und vergesst ein Abo nicht. Und tschau. Und tschau. Und tschau. Und tschau. Und tschau. Vielen Dank.